Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es schon bemerkensmärkt, vor drei Monaten ist die Lufthansa mit einem 9 Milliarden schweren Paket vom Deutschen Staat gerettet worden, mit einer 20% Beteiligung einer stillen Einlage, einem KfW-Kredit und zwei Sitz im Aufsichtsrat. Und jetzt ist das Erste dabei, ihre eigene Pilotenausbildung abzuwickeln. Der Rückzug der Lufthansa trifft natürlich die Flugschule in Bremen hart. Glücklicherweise, und das hat eben gerade mein Kollege der SPD ja auch schon gesagt, bildet die Bundeswehr ihre Piloten an der European Flight Academy in Bremen aus. Und nach bisherigen Aussagen, so wie es bisher bekannt ist, hat sich die Bundeswehr auch explizit weiterhin zum tarifgebundenen, qualitativ hochwertigen Ausbildungsstandort in Bremen bekannt. Dies erwarten wir auch zukünftig bei weiteren Vergaben öffentlicher Aufträge. Die Lufthansa dagegen hat neue Gespräche mit der Gewerkschaft Verdi zur weiteren Nutzung des Bremer Standorts abgelehnt. Sie will ihre verbleibenden Ausbildungsaktivitäten an nicht tarifgebundenen Ausbildungsstandorten verlagern. Und das kritisieren wir hier ganz ausdrücklich. Denn die Lufthansa wird auch in Zukunft ausbilden müssen, das steht außer Frage. Die Lufthansa-Gruppe hat etwa 10.000 Pilotinnen, etwa 5.000 davon bei der Kernmarke. Das sind 350 Ausbildungsverträge pro Jahr, keine Fantasiezahl. Auch wenn es auf absehbare Zeit weniger Flüge und Passagiere geben dürfte, ändert das nichts daran, dass Pilotinnen in Rente gehen und ersetzt werden müssen. Offenbar geht es der Lufthansa aber darum, dauerhaft die Bedingungen zu ändern. Es gibt jetzt schon eine teurere Ausbildung für die eigentliche Kernmarke und eine billigere für Eurowings und andere Töchter. Wenn jetzt ein Schnitt gemacht wird bei der Pilotenausbildung, dann sieht das sehr danach aus, als ob in Zukunft auch für die Kernmarke die Ausbildungsstandards und damit auch die Einstellungsstandards geändert werden sollen. Der Rückgriff auf Fremdausbilder, der jetzt noch als Notlösung präsentiert wird, wird dann wohl zum Normalzustand. All das wird auf dem Rücken der jetzigen Flugschülerinnen ausgetragen. Die hat man noch bis vor kurzem mit aggressiven Kampagnen angeworben und ihnen das Blaue vom Himmel versprochen. Und jetzt werden sie praktisch erpresst. Man will sie auf jeden Fall dazu drängen, ihre Ausbildungsverträge aufzugeben. Da heißt das Ganze lapidar, wenn du jetzt aussteigst, hast du wenigstens keine Schulden. Wenn du weitermachst, hast du am Ende der Ausbildung 80.000 Euro Schulden bei uns und wirst wahrscheinlich keinen Job bekommen, von dem du das zurückzahlen kannst. Das hier ist die Ansage. In drei oder vier Jahren wird man dann zu den Gewerkschaften sagen, wir müssen jetzt die Ausbildungsstandards senken, sonst bekommen wir keine Piloten mehr. Und das wird natürlich auch die Gehälter senken. So fügt sich der Abbruch der Ausbildung jetzt in die große Sanierungsstrategie Standards senken, Kosten sparen. Ob eine Premium-Marke wie die Lufthansa damit eine Zukunft hat, darf man bezweifeln. Das Luftfahrtgeschäft ist kein normaler Markt. Eine nationale Fluggesellschaft ist eine strategische Ressource. Deswegen investieren gerade alle Staaten in Rettungspakete. Es gab einen enormen Dumping-Wettbewerb, weil man auf rasant steigende Passagierzahlen gewettet hat. Jetzt wird die Zukunft der Luftfahrt rabenschwarz gezeichnet, was genauso übertrieben ist. Der Markt allein kann es hier nicht richten, weil man nach einem reinen Preiswettbewerb schon aus Sicherheitsgründen nicht akzeptieren kann. Deshalb kann sich der Staat hier nicht aus der Verantwortung herausziehen. Die Art und Weise, wie die Lufthansa derzeit mit ihren Pilotenschülerinnen am Standort Bremen umgeht, ist, da kann man die Pilotenvereinigung koppeln, zustimmen, zitieren, beschämend. Hier werden die Kosten der Krise individuell auf die Leute in der Ausbildung abgewälzt. Es gäbe viele Alternativen. Man könnte die Ausbildung strecken, man könnte den geplanten Abbau von Pilotenarbeitsplätzen durch Arbeitszeitverkürzung vermeiden. Für all das gäbe es sicherlich Verhandlungsbereitschaft. Dass die Lufthansa stattdessen den harten, brutalen Schnitt für die Ausbildung will, darf der Staat sich nicht gefallen lassen. Das kann auch nicht im Sinne von Berettungspaketen sein. Da widerspreche ich Ihnen, Frau Wischhusen, ganz eindeutig. Wenn ich als Staat so viel Geld in die Hand nehme, dann erwarte ich auch einen gewissen sozialverträglichen Standard des entsprechenden Unternehmens. Ansonsten brauche ich nicht so viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein Unternehmen entsprechend zu retten, wie hier die Lufthansa. Ich persönlich möchte nicht gerne mit einer Luftgesellschaft fliegen, die sich dazu bekennt, für die nächsten zehn Jahre systematisch ihre Piloten zu überaltern. Diese Entscheidung der Lufthansa ist inakzeptabel. Solche Optionen hätte man mit den Rettungspaketen ausschließen müssen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Kör suprem. Kör schloid. Kör « Leere Grill». Vielen Dank.